Hallo, ich bin der PSOGA-Preisabgestalter und habe ein Anliegen. Ich suche nämlich einen Laptop, da wo die meisten PC-Spiele spielen, mit dem CD-Laufwerk. Falls jemand einen hat, den er uns hergeben möchte, schreibt es mir dann in den Kommentaren und lasst wie immer ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und einen Like. Aber dieses Video, den Laptop, wenn es jemand nicht mehr braucht, könnt ihr bitte mir Kommentare schreiben. Ich tue jetzt unten auch in meine Beschreibung meine Adresse rein, dass ihr mir das, falls ihr mir den zuschicken möchtet, dann auf diese Adresse dann hinschickt. Bis bald, PSOGA-Preisabgestalter.